Achtung mal, Leute. Ist es bei euch in den letzten Tagen auch so scheiße warm, ey? So, wo war das jetzt nochmal? Wo musste ich hin? Warum bin ich jetzt wieder hier oben? Genau, da unten wollte ich. Gibt es hier sonst noch was? Das hier haben wir jetzt alles, ne? Gibt es hier vielleicht irgendwo eine Fackel oder so? Ey, sonst in den Innis, ne? Überall, da ist doch eine. Ach, die kann ich jetzt nicht klauen. So beschiss. Gut, dann gehen wir halt da runter. So, frei habe ich den richtigen. Jawohl. Alter. Okay. Lüdi, ja, komm mal weiter her. So, macht sich der jetzt auch wieder? Lüdi, ja. Ja, ne, die brauche ich ja dann wieder, ne? Okay. Hä? Ein. Orkidoki. äh, Kelly schwankt das Wetter total immer weiter weg hier, Lydia Alter, fuju bei Skoppy war es auch schön und Dragon überlegt sich, ob ich im Rewe noch was zu trinken finde oder meine Regale sind leer, keine Ahnung Alter, fuju so, Nachtfall gewünscht einen schönen Stream bis zum nächsten Mal, alle gleich weiß er nicht, Nachtfall, wie gesagt, heute Morgen und höchstwahrscheinlich Sonntag auch Skyrim, weiß er nicht, wie du Schicht hast auf jeden Fall hoffe ich für dich eine ruhige Schicht einen ruhigen Dienst und, äh, dir auch einen schönen Abend soweit das auf Arbeit geht da sind wir schon, zwei drum speichern wir weiter mal wir machen mal ein Hard Save Herr Kelly ist alles Willmer also, ich muss ja sagen, ich finde es ja schön wenn schönes Wetter ist mag es halt nur nicht, wenn mir die Sonne in die Fresse scheint weil ich bin da so ein bisschen lichtempfindlich also sonnenempfindlich wie ich will ich bin da so ein bisschen Strömt hier Gas oder so, keine Ahnung. Wow! Tigerler, deine HP ist unten, nicht links oben, okay? Wir probieren das nochmal, wir haben gespeichert. Ich geh mal los, vielleicht haben die ja noch Alkohol zum Desinfizieren. Naja, aber zum Desinfizieren ist doch Wein. Okay, das hier war easy. So. Wir speichern nochmal. Oh. Easy. So. Haben wir denn da ein Spinnenei? Frostgift. Frostgift. Frostgift und einen Pfeil kriegen wir wieder. Der Leiche hat nichts. Spinnenei. Jetzt machst du ja nur zweifachen Schaden aus dem Sels heraus. Nachher, geskillt, machst du halt mal eben sechzehnfachen Schaden. Und du alle... Äh... Spoiler-Fuzzi, du. Äh... So. So. Ja. Na, das war jetzt Bums. Aber nein, ey. Weil wir sollten ja so machen. Und dann speichern wir nochmal. noch neuer schützer wie lange dauern das denn noch das zieht sich nach die telekom hat man wieder einen rausgehauen bei ihrer glasfaseranschlüssen senken die den upload jetzt mal eben von 500 mbit auf 100 mbit beim gigabit anschluss und von 200 mbit auf 100 mbit bei den 500 mbit anschlüssen ok so etwas habe ich noch nie gesehen wotterfuhr ist das ich speichere nochmal drei wo eins tot warum glaube ich dass es hier nicht so einfach er ist wohl schon dort den modellischen nicht amnett ist gold not fall ich gebe euch deckung du hast mir keine deckung geben du sollst sachen habe geschworen eure last zu tragen ja dann mach so den da den da machen wir mal so haben wir wieder ein bisschen platz dann mal los gescheitert bring das wahren in deinen besitz liest die nachricht was welche nachricht ich habe ich jetzt die nachricht gekriegt oder was die nachricht der nachricht habe ich denke mal die muse dann hier irgendwo liegen oder da drachenblut ich muss mit euch sprechen dringend mietet das dachzimmer im gasthaus schlafender riesen flusswald und ich werde euch treffen ein freund in flusswald trifft sich mit dem dieb des hohrens gold ja ich dachte mir jetzt gerade mache ich hier mal so ein dutterle mal weil das haben wir schon ewig drin ah da passiert nichts müssen wir hier nur rumgoogeln haben wir da drieben was okay den hatten wir da drüben lag nix den haben wir schon leer geräumt dachte ich aber den haben wir auch leer geräumt der ist kaputt ja wenn dran steht leer und tigerle guckt trotzdem rein zehn gold vier gold drei gold und geringe magiker drank gold on a tea string gold und dann and an and 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 orkische pfeile eisen stiefel kannst du behalten 232 gold und deskunden kannst abhalten und kelly freust dich schon auf deine neue nebentätigkeit dauer babysitten dachte das wird so eine normale tür noch nicht entschieden aber hier war ich schon so hier rum und da rum ja 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 könnt nicht mal wenn ich schnell genug bin dann passiert mir da gar nichts und ab nach draußen und kopf ist wieder los soll hier habe ich überlesen dann noch ein schöner abend denke ich mal wirst du nicht mehr hören aber trotzdem so so oh komm mal da drücke ich dreimal und er macht es nicht ich sage euch nicht von den dreimal habe ich zweimal die verkehrte taste gedrückt aber beim dritten mal war es die richtige habe ich euch übrigens schon mal gesagt dass ich skyrim scheiße finde hätte wir das nie kaufen sollen auf der switch das bin ich ganz hibbelig wenn wenn irgendwann mal das sechste teil kommt bin ich voll ungeil und kelly killer ist schuld einfach mal so pauschal bei kelly kille ist an allem schuld so wir müssen jetzt in die richtung ach das sah sich aus wie ein zelt dabei ist das nur ein komisches stein und kelly wie lange hast du erlaubt habe eine woche erst geschrieben eventuell übrigens bei der welt gibt es am dienstag im stream kann ich aber noch nicht 100 pro sorgen je nachdem wie es mal geht dann nehmen wir da noch mal ein ründchen drängen quest 11 auf eine woche ja so was ist das hier eigentlich ich glaube hier war ich schon hier war ich schon irgendwo rein geht es hier nicht ne so ich liebe es ja tatsächlich immens wenn berge im weg sind aber der berg scheint sogar halbwegs zu gehen könnte man mal gucken wo müssen wir denn hin ja äh falsche taste so weit runter dahin bis jetzt nicht soweit könnte man in zwei minuten geschafft haben also was geht denn mit meiner bitrate eigentlich ab ich hatte ein paar ausgelassene fremse ich gerade das bleibt sich spannend ob wir hier rum kommen da 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 oben ist ein drache und ich habe eine vermutung dass da ist eine sackgasse oh komm schon oh hier sind wir wieder gut lydia wird dann so eine stunde brauchen dann ist ja auch wieder da hallo lydia hey das waren denkfehler meinerseits äh das kommt man nur runter aber nicht hoch äh müssen wir doch außer rumlaufe oh oh pf aber den weg kennen wir ja schon sind wir tatsächlich schon mal gelaufen irgendwo hier sollte ein weg sein hol gefunden irgendwo da vorne war ein wagen und da nach rechts war irgend so ein komisches teil und da hat mich mal ein wolf gefressen das ist Mistviech ich kam ja du ich muss schon mal üben nächsten monat äh nächsten monat ja nächste woche kommt Animal Crossing da muss ich sowas auffangen war ich hier? ich war doch hier schon Orlis Haus. Sonnenblümchen, hallöschön. Na, wie geht's dir? Dann gehen wir wieder. Das ist die olle Meckertante. Ich schätze, das Kaiserreich braucht jede Menge Eisen bei all den Kämpfen. Genau, und hier habe ich nämlich dann, glaube ich, Eisenbahnen übersehen. Etwas fertig, aber gut. Mir geht es so den Umständen entsprechend gerade. Hoh! Aber man soll nicht meckern und maulen. Man soll froh sein, dass man gesund ist. Oder in meinem Fall halt so gesund wie halt möglich. Ich finde, wer so glaubt nicht, dass er sich AC holen wird. Rune Factory 4 macht mir einfach zu viel Spaß. Ja, kann ja jeder machen wie er will. Kannst ja auch später holen. Hoh! Genau, da ist der Wagen. Naja, Rune Factory 4 habe ich ja wie gesagt, äh, 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 ein Key, äh, Requested. Bin ich da entwickler, aber scheinbar zu klein oder zu große Anfrage oder so? Keine Ahnung. Er ist noch nicht abgelehnt, aber, äh, du hast ja halt auch noch keinen bekommen. Mal gucken, vielleicht kommt da noch einer, was aktuell echt stressig wäre. Aber eventuell kaufe ich es mir später irgendwann auch einfach. Mal gucken. Ist gerade zwei Kilometer durchgerannt, tat gut, kopffrei bekommen. Äh, wer macht denn sowas? Das hast du ganz freiwillig gemacht. Das habe ich noch nicht mal gemacht, als ich noch laufen konnte. Ah ja, und guck mal, genau, da hat ja jemand Platz 1 Bit. Im Übrigen, die, äh, die neuen Emote und Sub-Badges, die sind gerade in der Mache. Hoffe, sie gefallen euch. Aber ich muss ja gerade so züge, bezüglich, äh, Animal Crossing, muss ich ja sagen. Ich kenne da halt so, bis auf die paar Videos, kenne ich da halt gar nichts von, ne? So, von dem, was ich weiß. Denke ich mal, ist das für mich halt auch so. Wir werden jetzt am Anfang erstmal spielen, klar. Und dann ist es aber tatsächlich so ein, ja, ich denke mal, es wird doch ein Füllspiel bei mir tatsächlich. Ich komme auch aus dem Leistungssport, jedenfalls früher. Ja, ich früher auch. Ich habe früher tatsächlich auch, ich war Volleyball. Habe aber leider, ich hätte erst nationalen und dann internationalen Spielerpass gebraucht und bin am nationalen schon gescheitert, mit meinen Knien früher. Als ich dann nicht mehr, äh, spielen durfte. Das da irgendwo hier war doch das mit dem Riesen, oder? Als ich dann nicht mehr spielen durfte, das war dann auch, äh, der Moment, wo ich keinen Bock mehr auf Sport hatte. Okay, gar nicht mehr. Dann war ich mega pisst. Okay, den haben wir schon, ja. Die Frage ist ja, was es auf Dauer bietet, denn das Gameplay an sich ist ja schon eher seich. Und ob das Terraforming allein lange bei Laune hält? Ja, mal gucken. Gibt ja auch diese Milestones. Und für viele ist es halt einfach, äh, alles zu sammeln, alles zu... Diese Milestones dann auch und, 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 und... Naja, und so, was ist denn das da? Wie gesagt, ich kenne es halt nicht. Ich werde es mal holen und dann sehen wir es. Da mache ich mal eine Boge drumrum. So, dann. Fun Fact, Skyrim in mehr als 60 FPS ist keine gute Idee. Warum? Erst mal speichern, dann brauche ich ein Map. So, weil... Wir werden tatsächlich erst hier hingehen, kurz. Ausleeren. Und dann werden wir erst runtergehen nach Weißlauf. Oh. Puh, kriege ich meinen Pfeil nicht wieder. Alter. Alter. Nicht ausreichend geladen. Schon wieder nicht. Sag mal, Lydia. Keine Ahnung, wo die schon wieder steckt. Warum ist das keine gute Idee? Kelly. Ah. Der wartet hier immer noch. Ey, ich habe doch gedrückt. Komm her. Komm. Kommst du her? Puh, 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 puh. Ey, komm her. Komm. Ey, bleib doch mal stehen. Ah. Da hätte ich drücken können. Da war ich langsam. Hab euch. Das Problem ist, die Havoc Engine, die Physik ist direkt an die FPS gekoppelt. Je schneller das läuft, desto schneller läuft die Physik ab. Bei 120 FPS zum Beispiel läuft das Spiel normal, aber die Physik läuft doppelt so schnell. Dadurch fliegt alles kreuz und quer durch die Gegend und selbst Dinge wie ein Apfel oder ein Löffel können dich One-Hit zerlegen. Oh, okay. Hört sich lustig an. Haben wir wieder was dazugelernt? Hallo, Füchsle. Hoh. Hey, Lydia. Immer noch nicht da. Hallo, Füchsle. Ach, das ging ja immer wieder. Immer weiter da rüber. Gefühl 30 Minuten weg für 20 Minuten. Arg, arg, arg. Ärger. Was ein Arschloch, der Marktführer ist. Was? Das sagt man nicht. Oh, wow. Ein Handic verbessert auf 40.